Basketball-Bundesligist Ewe Baskets Oldenburg hat den US-Amerikaner Rick-Eye Pauling für ein weiteres Jahr an sich gebunden. Wie der Tabell im Zweite am Mittwoch vermeldete, unterschrieb der 36 Jahre alte Small Forward einen Vertrag bis Sommer 2020 und geht damit in seine 13. Saison in Oldenburg, Rick-Eye ist das Herz und der Anführer unserer Mannschaft, an dem sich alle Mitspieler orientieren können, sagte Ewe-Trainer Mladen-Drien Schick. Ihr wisst, dass ich niemals woanders spielen würde. Diese Stadt und der Klub bedeuten meiner Familie und mir so viel. Eure Unterstützung über die Jahre hinweg war einfach großartig. Ich freue mich sehr, dass unser gemeinsamer Weg noch eine Weile dauern wird, kommentierte Pauling seine Entscheidung, dass wir den größten Sportler, der je in Oldenburg gespielt hat, weiter an uns binden können, macht mich stolz. Das ist großartig für die Stadt, für den Klub, für die Fans, für die Liga und für den Basketball-Sport in Deutschland. Was Rick-Eye hier geleistet hat, ist einzigartig, ergänzte es er de Jan Klaric, sportlicher Leiter der Ewe-Baskets. Das ist großartig, das ist großartig, ergänzte es.